Ja, sie läuft. Du kannst den Aufschlag machen. Der ist so gut. Ist der drauf? Der ist drauf. Schrages Ding. Ich universelle. Geht den auf. Geht! Geht! Song und Geh! Geht! Na, nein. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Halt! Jaaa! Geh! 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 Jaaa! 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 Jawoll! Simeon, wenn du einen Energiespeicher hättest und der hat 100 Prozent, wenn er voll ist, wie viel Energie hast du jetzt gerade? Ich bin noch voller Energie. Das ist nur der dreckigste Spieltag meines ganzen Lebens. Warum das? Weil du nicht so viele Bälle bekommen hast? Junge, weil unsere Annahme so scheiße ist. Ist gerade aber so richtig scheiße. Morgen ist besser, okay? Vielleicht darfst du morgen auch mal was anderes spielen. Wir machen gerade zu spielen. Adrian Wies noch! Yes! Ich spiele morgen diagonal, hat er gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Expliziv! Nicht expliziv! Aber wir schließen ja nichts aus, ne? Wir schließen nichts aus, okay? Ja? Halten wir fest! Morgen zum Spielen! Jaaa! Warum artet ihr so? Wir sind gerade Pippen, dass ihr das im Bus gekannt habt. Und an wem lag es? Meist! Arte an Wies nur Arte an Wies nur! Ciao, tschüss genna! Tschüss. Ciao, tschüss. Laufere, 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 laufere. Willst du noch Abschiedsworte zum, zu deinem Ausstieg jetzt sagen? Ja, war richtig geil der Spieltag, aber es gab keinen Kuchen, war nicht so geil, aber Fahrtflächen haben die Carried und was cool wäre, wenn du jetzt so einen Intro-Song, Outro-Song abspielen würdest, wenn ich herausstelle. Das ist eine gute Idee. Ja. Wir filmen jetzt, wie du aus dem Zug ausschlägst. Okay. Aber ich weiß nicht, Goethe ist ein Versager, der soll mal Wolle beispielen. Das waren sehr schlugge Worte zum Abschied, Tanner. Tschüss, Tanner, komm gut nach Hause. Bis morgen. Oh, morgen auch noch. Da geht er auch. Hoffentlich stolperst du. Ich hoffe, er stolpert. Das ist aber schade. Zeig mal. Ah, der Herren. Nicht schade. Hallo, willst du Niklas? Maxi? Was auch noch? Ja. Warte, wir dürfen keine Baubung machen. Ah, Geisterklub der Welt. Können wir Baubung machen für Geisterklub der Welt. Ähm, Maxi, haben Sie schon mal was von der TSG Balling Volleyball gehört? Ja, ziemlich höre ich das. Ja, was haben Sie denn schon drüber gehört? Ey, dass Sie immer verlieren. Ja? Was ist noch schöner an der TSG Balling Volleyball? Äh, Coach manchmal. Aber manchmal. Manchmal. nunca. Nicht schade. Na 14、 коicearte. Pravinden. Ja.